Hallo und herzlich willkommen zu Märkte und Trends Teil 1 hier zum Start in die neue Woche. Das Thema der heutigen Sendung ist DAX startet gut in die Woche und Tesla außergewöhnliche Kursziele. Wir werden einen Blick auf DAX, Tesla und BYD werfen und ich habe bei mir im Studio sitzen Samir und Andreas vom Märkte und Trends Team hier bei Heavy Traders. Hallo ihr beiden. Grüß dich Boris. Grüß dich Boris. Samir, der DAX hat jetzt bisher einen guten Start in die Woche gelegt und wo kann denn die Reise hingehen und was sind denn so eure Ziele nicht nur so für diese Woche, sondern halt auch für die nächsten paar Wochen? Genau, ja der DAX hat auf jeden Fall eine ordentliche Konsolidierung hingelegt, noch keine vollständige Korrektur. Korrektur definiert man ja in dem Zusammenhang so knapp 10%, aber wir sind jetzt von 18.8 Richtung 18.000 Punkte doch mit einem ordentlichen Zug nach unten durchgelaufen. Gemessen gegenüber dem US-Markt hat der DAX jetzt ein bisschen mehr konsolidiert. Gut auch nicht zu vergessen, dass wir ja in diesem Jahr bereits schon sehr gut gelaufen sind mit über 10% zwischenzeitlich. Wir haben jetzt die Berichtssaison auch im Großen und Ganzen eigentlich soweit durch. Es gab jetzt noch die letzten Zahlen von Broadcom, von Adobe, die ebenfalls auch gute Zahlen und Ausblick mitgebracht haben. Und jetzt ist halt natürlich die alles entscheidende Frage, ob der DAX diese Konsolidierung beendet hat, kurzfristiger Natur und ob wir dann möglicherweise von hier aus Richtung 18.6 nochmal zurücklaufen können oder ob wir vielleicht sogar in einer sogenannten Sommerkorrektur übergehen, die tatsächlich dann die volle 10% Korrektur auch erreicht. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal charttechnisch etwas genauer anschauen, haben wir heute Morgen auch schon bei uns im hauseigenen YouTube-Kanal hier bei Heavy Traders schon mit unseren Zuschauern soweit ausgetauscht. Man sieht relativ gut, dass wir an einem ja wichtigen Volumenpreis soweit angekommen sind. Das liegt halt exakt um 18.000 Punkte, ist aber auch in dem Zusammenhang mitzuerwähnen. 18.000, ja ich sag mal eine runde psychologische Marke, jetzt nicht unbedingt aussagekräftig genug zu sagen, dass der Markt jetzt hier abdrehen muss und vor allem wahrscheinlich auch weniger v-förmig. Aber die Chancen sind doch recht gut, dass wir von hier aus erstmal technisch bedingt vielleicht nochmal zu den Jahreshochs zurücklaufen werden und dann vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, eine Variante und zwar die, dass wir so zwischen 18.000 Punkte und vielleicht dem Rekordhoch irgendwo in den Sommermonaten auspendeln werden. Wir haben jetzt zusätzlich, noch ganz wichtig zu erwähnen, das erste Halbjahr soweit rum und zusätzlich auch den Beginn des dritten Quartals. Die ersten zwei Wochen sind traditionell eigentlich, wenn man sich so ein bisschen mit der Historie auseinandersetzt, dafür prädestiniert, dass wirklich enorm viel Kapital auch nochmal reinfließt. Wir haben zusätzlich noch die Präsidentschaftswahlen und der DAX, der hängt natürlich jetzt an erster Stelle natürlich auch an der US-amerikanischen wirtschaftlichen Entwicklung. Da gibt es auch im Moment keinerlei Anzeichen dafür, dass es jetzt groß rückläufig wird. Das Thema Zinssenkung, Zinsanhebung haben wir jetzt auch erstmal so weit vom Tisch. Also bleibe ich im Großen und Ganzen erstmal optimistisch. Zusätzlich sind ja noch die Automobilwerte nicht so richtig gestartet und auch vorangekommen und stärker gezündet. Da dürfte vielleicht nochmal so ein bisschen Aufholpotenzial sein. Und von daher sehe ich das erstmal als gesunde Konsolidierung. Wir haben jetzt die erste Tranche soweit aufgenommen, sind aber auch nicht abgeneigt, wenn es nochmal ein bisschen oder einen Ticken tiefer geht, nochmal so eine zweite Tranche mit reinzunehmen. Und die Strategie, die wir uns da überlegt haben, also nochmal kurz die Werbpapier-Kennnummer VM7UJA, das haben wir vor wenigen Minuten auch soweit aufgenommen. Der Hebel ist konservativ mit 5 als Index, nicht mit einer Aktie zu vergleichen. Und der K.O. des Zertifikats liegt bei 14.630. Also es gibt zwei Szenarien, so schätze ich das zumindest ein. Ist keine Anlageberatung, auch keine Kaufempfehlung. Entweder wir sehen nochmal die 18.6 oder wir könnten von hier aus deutlich sogar noch über die 19.000 Punkte steigen. Weil die ausländischen Aktien bei uns in Deutschland für die Ausländer selbst sind noch teilweise recht günstig. Ich könnte mir vorstellen, dass auch noch hier stärkere Kapitalzuflüsse in den nächsten Wochen zu sehen ist. Andreas, Tesla ist nicht nur letzte Woche unser Thema gewesen, sondern heute auch noch einmal. Und die Stichworte sind ja wirklich ganz klar, nach der letzten Hauptversammlung geht es um das Thema mit der Robotik, das autonome Fahren, aber halt auch die Robotaxi-Geschichte. Und wie siehst du denn das Ganze und was glaubst du, wo das auch hingehen kann mit Tesla selbst? Ja, wir sehen ja, dass Tesla ein Unternehmen ist, das jetzt die letzten, sag ich mal so acht bis zehn Monate eher wieder so rein in den Automobilbereich reingeschoben worden ist, in die Schublade da reingeschoben worden ist. Die Zeiten, wo Tesla stark nach oben gelaufen sind, waren ja natürlich von eben diesem Technologie-Vorsprung E-Auto-Fantasie und Expansion gekennzeichnet. Nun muss man jetzt erst mal ein bisschen nachdenken, ist das jetzt eigentlich ein reiner Automobilkonzern oder worüber definieren die sich? Du hast jetzt gerade gesagt, dieses Thema Robotik nimmt hier wieder stark Fahrt auf. Das ist dem, ich sag mal, Philou-Taktiker Elon Musk zu verdanken, der eben so ein bisschen wie Howard Hughes in den letzten Jahrhunderten, 30er, 40er Jahre war, also ständig dabei ist, so einen Schritt vorauszudenken, das so ein bisschen auch im Großen. Und Robotik wird ein Thema sein, was Tesla wahrscheinlich noch viel stärker aufnimmt. Dazu gehören Autos, wir haben das übrigens auch von BYD ja schon gehört, dass sie eher so Autos als Teil ihrer Philosophie sehen, eher so ein ganzes eigenes Universum aufzubauen. Das ist natürlich sehr intelligent, denn wenn wir natürlich sehen, dass ich mich damit auch ein bisschen unabhängig mache von nur einer Branche und sozusagen das Wachstum auf breitere Basis setze mit all den Nebeneffekten, die ich ja bei Forschung und Entwicklung in dem Bereich habe, dann ist das natürlich sehr, sehr positiv. Wir haben das von Katie Woods gehört, aber auch von anderen Investoren, dass sie das genauso sehen wie Elon Musk. Elon Musk hat ja letzte Woche gesagt, er sieht in fünf Jahren den zehnfachen Wert von der Tesla-Aktie. Wir haben nach wie vor die Meinung, dass die Aktie auch kurzfristig zwar nicht aufs Zehnfache läuft, aber immerhin mal Richtung 200 oder auch 260 Dollar im Laufe dieses Jahres. Mit unserem Zertifikat, das hier eingeblendet ist, in der Kennenummer UK7U3K mit dem K.O. von 91,75 US und dem Hebel 1,96. Wir machen das wie immer mit kleinem Hebel und kleiner Positionierung, weil wir natürlich auch durchaus Werte nehmen, wie das jetzt die Tesla ja gerade im ersten Halbjahr war. Ein Trendwende. Unternehmen von den Magnificent Seven haben wir ja auch nicht sehr viele gehabt, wo wir gesagt haben, wir gehen da mit einer kleinen Position rein, sehen aber da schon die Perspektive, dass wieder mehr Investoren in diese Thematik reingehen, weil sie einfach von diesem ganz einfachen Schubladendenken weggehen und genau wie Elon Musk das gesagt hat und dann eher in die Perspektive des Unternehmens reingehen. Und Robo-Taxis, das ist ja das, was er jetzt am 8. August da vorstellen will, ist nicht nur die Thematik, die er alleine hat. Ich habe es vorhin im Morning Call schon gesagt, General Motors hat das auch mittlerweile für sich entdeckt und will da auch investieren. Das heißt also, er ist wieder so ein Schritt voran. Andere werden das sicherlich auch machen. Damit stellt man natürlich wieder einen neuen Trend her und ist wieder voran allen anderen. Es geht also hier nicht allein um den Verkauf der Fahrzeuge, die er hat, als Eigentumsfahrzeuge, sondern durchaus sogar als Verdienstmöglichkeit für den Eigentümer. Und das ist natürlich, wie gesagt, sehr intelligent, das Ganze so ein bisschen auf eine breitere Basis zu stellen. Und wir gehen davon aus, dass diese Thematik auch in der zweiten Jahreshälfte erkannt wird bei Tesla. So das Airbnb, der Automobilhersteller. Ganz genau. Ja, es ist auf jeden Fall viel Innovation, was da geplant ist. Durchaus das Potenzial ja auch gewährleistet. Und auch diese ganzen humanoiden Roboter, die da jetzt auch eingesetzt wird, was den Kostenfaktor mit Sicherheit da auch so ein bisschen für das Unternehmen in die Hände spielt, wird man sehen. Aber das Thema künstliche Intelligenz, Robotik, das wird auf jeden Fall für Tesla ein ausschlaggebender Bereich sein für die Weiterentwicklung. Ja, Katie Wood hat ja diesbezüglich 2029 ihre ambitionierten Ziele um 2600 US-Dollar gesetzt. Das ist also um ein Vielfaches von dem, was wir jetzt hier gerade sehen, also teilweise das 20-fache von dem. Und ja, inzwischen geht es halt bei vielen Unternehmen nicht mehr um Milliarden, sondern um Billionen, zweistellige Billionen. Wenn man sich mal überlegt, was jetzt noch Apple vor einigen Jahren, als man die erste Scheinmauer von eine Billion soweit überschritten hat, dann ist das schon teilweise wirklich in die Geschichtsbücher eingegangen. Jetzt sind wir in der Zwischenzeit knapp bei drei Billionen bei Apple, 3,3 Billionen bei Apple. Und über drei Millionen knapp bei Nvidia. Tendenz steigend. Wir sehen ja auch, dass die Aktie hier auch kaum aufzuhalten ist. Microsoft. Also jetzt geht es nicht mehr um die Milliarden, sondern wohl um die Billionen. Und man muss an dieser Stelle auch sagen, Tesla hat tatsächlich auch diese Möglichkeiten, gerade diese überproportionalen Umsätze im Bereich der Robotik, der künstlichen Intelligenz und gerade was auch das autonome Fahren betrifft, in ihrer eigenen Software, die sie haben, durchaus das Potenzial gewährleistet. Die Frage ist immer, ob das der Markt natürlich dann in diesem übergeordneten Zeitraum auch annimmt, aber Potenzial auf jeden Fall stark vorhanden, ja. Und dann schauen wir uns den letzten Wert für die heutige Sendung an. Und zwar ist das die BYD, ist bisher unbeeindruckt von den angekündigten Sonderzöllen seitens der EU. Gut, bisher ist noch nichts fixiert, aber es wurde halt, wie gesagt, auch durch die Medien gepeitscht, das Thema. Wie seht ihr denn das momentan und wie steht denn eure Position? Genau, also BYD hat sich auf jeden Fall auch weiterhin recht gut entwickelt. Also man muss sagen, trotz dieser Meldung, dieser umstrittenen Meldung, die da durch die Ticker gelaufen ist, was die Einfuhrzölle betreffen seitens der EU-Kommission, sehen wir, dass die BYD sich doch recht gut hält. Also 233 Hongkong-Dollar, da ist jetzt nicht wirklich viel passiert. BYD ist ebenfalls weiterhin strategisch gut aufgestellt, plant natürlich auch weitere Schachzüge, den großen, ich sage mal, Kontrahenten. Und Tesla so ein bisschen halt das Leben schwer zu machen. Man möchte natürlich auch im Schwerpunkt den Markt hier in Deutschland weiterhin für sich in Anspruch nehmen und auch Marktteile gewinnen. Das geht zum einen über zwei Kategorien. Also nach wie vor bleibt es natürlich über den Preis. Also kostengünstige E-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, aber mehr so die kleineren Modelle. Also den Massenmarkt eher so ein bisschen zu bedienen. Angefangen mit den Dolphin von BYD und auch Möwen, Seagal, ebenfalls da auch so ein bisschen den Markt damit so ein bisschen zu überschwemmen. Klar hat natürlich BYD mit Sicherheit schon vorher das alles so ein bisschen mit einkalkuliert, was die Einfuhrzölle betreffen, dass man natürlich auch BYD da nicht einfach zuschaut und das alleinige Geschäft machen zu lassen. Aber zusätzlich hat ja auch BYD schon bereits, wie gesagt, sind die Preise deutlich höher als in China. In China im Übrigen auch da wirklich sehr, sehr stark dominierend, was die chinesischen E-Fahrzeuge betreffen. Da gab es ja auch vor kurzem einen Staatsbesuch hier bei uns in Deutschland, wo man gesagt hat, also wirklich den deutschen Markt so ein bisschen leicht belächelt hat, wo man sagt, naja, Deutschland gleicht so ein bisschen das Automuseum. Auch in China im Übrigen, dass man da immer mehr und mehr E-Fahrzeuge der eigenen, ich sag mal, Reihen sieht und dass die E-Fahrzeuge von Volkswagen, BMW und Mercedes eher weniger sind. Und da muss man halt natürlich ganz klar sagen, also die Chinesen, die sind halt einfach in dem Bereich sehr stark aufgestellt, können innerhalb von kürzester Zeit entsprechend den Markt überfluten, wenn sie das möchten. Und dann wird es Deutschland, Europa tatsächlich auch ein bisschen schwer. Klar haben wir natürlich auch weitere E-Fahrzeuganbieter, Citroën, Peugeot, die natürlich hier mitmischen. Aber China kann halt entsprechend, was das betrifft und auch gerade ihre Batterieentwicklung, da ist ja auch BYD, gerade das zweite, ich sag mal, Einnahmefeld der Batterien, sehr gut aufgestellt. Ja, und das Zertifikat, was wir da rausgesucht haben, wo wir auch weiterhin positioniert bleiben, wir haben also zwei Strategien. Wir haben zum einen die Tesla, wo wir sagen, ja, okay, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Robotik, ja, und dann haben wir noch BYD mit den Massenfahrzeugen, wo wir gesagt haben, okay, mal schauen, wer sich hier ein bisschen besser entwickelt. Von daher beidseitig aufzustellen, nicht verkehrt. Wir haben den Mitbewerber gleich mit ins Boot genommen, das ist die Martha Emil 7 ZH3, der Hebel auch hier konservativ 1,69, Zertifikat knapp 28% im Plus. Wir bleiben unter unserer Zielrichtung 270, 280 Hongkong-Dollar nach wie vor im Visier. Nicht wundern an dieser Stelle, der K.O. ist in Dollar, nicht in Hongkong-Dollar, 94,97 und der Wert selbst, von dem wir jetzt hier gerade sprechen, bei der BYD, das sieht man hier auch relativ gut eingeblendet. Also wir sind im Moment so knapp bei 233 Hongkong-Dollar. Also hat sich nichts verändert, aber ich denke schon, dass da zeitnah auch mal ein stärkerer Schub noch kommen kann. Dann bedanke ich mich bei euch beiden und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Bei uns geht es heute aber auch weiter um 14.15 Uhr, Märkte und Trends Teil 2 auf heavytraders.live. Den Anmelde-Link auch zu unserer Webseite findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ihr könnt aber auch einfach Heavy Traders bei Google in die Leiste eingeben. Um 14.15 Uhr werden wir nochmal auf die Coinbase eingehen, auf den Bitcoin und die MicroStrategy und vielleicht auch nochmal zur Boeing, die wir heute Morgen auch in unserem Morning Call thematisiert hatten. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch beiden und wir sagen bis später um 14.30 Uhr.